das ist ein viel besseres, glaub ich zu gängig nennen ach so, das sind die, die mich aufhalten wollen, oh Gott, wie süß auf der Straße das juckt mich ja nicht oh, nicht zu schnell hier mit dem Motorrad hast du ne Vespa geklaut, ja? nee nur Vespa ich glaub, ne falsches Motorrad ein Motorrad, was ein bisschen langsamer ist oh ja, passiert ein Dreirad, ja genau ein E-Roller ich bin hier zu rühren, es erlaubt, ja ich will es ja auf dem Radfahrweg ich meine, diese normalen kleinen E-Roller, also wie diese Dreh-Roller die sind ja nur, ich glaub, ein kleines bisschen größer das ist die Roller, ja genau, da ist es in Ordnung, aber ich hab irgendwie was gehört, dass auch normale Motorroller jetzt auf dem Radfahrweg fahren dürfen also die 50 Kubik-Roller und so was alle, die E-Karte da dachte ich mir, hä, was ist denn das für ein Scheiß? das kann irgendwie nicht sein jetzt die Fraserei denn auf dem, auf dem, äh auf dem Bürgersteig ja, ne, ja ne, auf dem Radfahrweg, ja aber das kann ich mir nicht vorstellen das, also ich hab's nur, äh, über, über Dritte gehört das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ist weil er hier runter, ey okay, noch zwei Minuten, das schaff ich sowieso nicht warte mal, dann mach ich, äh mach ich was anderes dann kümmere ich mich mal um Werbung Werbung ich parke hier drüben ein und alle so oh mein Gott also was heißt alle der eine moin moin jetzt ist bloß hey die meine große sowas, sowas ah, warte, muss ich mich nochmal anders hinsetzen so gut jetzt auch, ja hey der Boss okay, ähm ich glaub ja heute, heute äh, ich hab ja heute, ja ich hab gehört, heute machen wir einen auf Gronkh, ja zocken bis, bis morgen um 10 Uhr oder 11 Uhr da bin ich auf Arbeit spielen wir GTA durch na und? spielst du auf Arbeit weiter über Handy genau ach, Mann, ey Motorradfahren muss echt gelernt sein, ey ja, doch auch Autofahren, Motorradfahren fliegen da war schon wieder ein kleiner Kieselstein im Weg ah, ja da diese pixelgroßen Steinchen ich mag die auch sehr ja oh, Autofahrer, ey ich muss da jetzt abbiegen, ey wo ist denn mein Motorrad jetzt? oh, ich hab 36.000 im Link cool ey, toll ich bin fast beim Paket, ja und das oh, nee ja, ja ich liebe es wenn ich wenn ich kurz davor bin immer irgendein Unfall oder ja, schau wieder hier ey das ist doch was zum Kotzen ist das ach, schön ja, schön, ey toll freu dich, Mann mach'n Luftsprung und was auf, dass du nicht an Decke hängen bleibst ja, ich achte drauf so, hier hast du schönes Auto, ja meine, fressen nur noch am Fliegen hier ach ich verpasst hier, ne leicht aggressiv heute vielleicht auch, das hat sich bis zum Morgen ein bisschen gelegt, ne na, Judith wird sich freuen jetzt bin ich hier bei dem Paket und hier ist alles kacken kannst du hier ist eine Haftbombe hier ist noch eine da ist es schön geht auch irgendwie nicht viel schneller ach so, müsste der eigentlich viel schneller kaputtieren verstehe ich nicht diese Waldförster mhm Waldförster was ist damit oh Mann das ist Ameise 23 20 ach ja ja wo freust du ich ja ich freu mich heute ja na, nicht immer, aber heute mal ja mach doch so, hier stimmt der andere bei hinten irgendwo am Hafen so wo ist er ach Gott, er hat uns am Ende so, wo ist er ach Gott, er hat uns am Ende hoppala Aua bin ich hingefallen den noch nicht, du sitzt da drauf schießen ich bin ganz weit weg, oder? ich weiß nicht, ich bin grad unten am Hafen ich geh doch aus, du willst, scheiße nee, warte mal ach die werden auf der Karte da hab ich dir gar nicht angezeigt, oder nee, doch auch in unserem Hafen sind die jetzt alle nö, ne, nö nö, 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 nö nö, nö, nö nö, nö, nö 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 und das flichtlachen ja das ist richtig zum mitfahrgelegenheit haben oder also selber ja ne kommt nicht mit aber eher eine mitfluggelegenheit ja und jetzt sagt er hat eine markierung das ja das machen wir auch habe auch unternehmen noch aus praktiker Prozent ein nennen sich in was in der Flucht und gesehen man schafft es noch H. K. 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 jeder einzelne Scheibe vornehmen wenn ich will noch doch so jetzt glaube ich noch ein auto und dann habe ich es auch wieder geschafft stimmt die rennen hat noch mal versucht gehabt aber es klappt was haben wir da versucht weiß ich gar nicht muss ich mal überlegen ob ich den auch schon habe könnte sein kann ich gleich noch mal gucken wenn er hier mit den auftrag gleich fertig das ist ein raucher ja das war eigentlich natürlich meine tür ist ab egal das ist kaputt nein jetzt auf der seite da rennt jemand der trennen daher wird bestimmt lustig schade was denn hast du gekriegt der heli fliegt woanders runter ja ja bestanden hast du gemacht ich bin voll gegen die palme geflogen ich habe ein bisschen kopfschmerzen oder sonst ich habe gesehen was die Entwickler zu diesen Bereichen es endet immer immer wieder achja stimmt ich wollte ja eigentlich da zur trapprennbahn hab da gesagt hab da als der weg ist mir gerade eingefallen da ist jetzt gerade keiner deswegen ach so ja ich guck mal ob da ob ich da was finde oh hier ist was ich habe mich noch nicht viel nicht gehabt ach hier in dem lagerhaus ja irgendwie so ja 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 den hatte ich schon so fliegt mal kurz rüber ach das habe ich schon das ist gut na Mensch da ist ja jemand heute mutig mit was er hat einen Gangangriff gestartet er wird sterben pass auf in 3 2 1 oh na siehste du hast es erzählt ey ich war nah dran wo sie ja so hier ist auch gerade nichts ich sehe auch kein Häkchen also ich glaube hier in GTA Online habe ich es noch nicht gemacht wahrscheinlich nur damals hier auf der Xbox ja das ist gut so komm ich mal zurück hier stolpert hier ist auch was aber ach so hier ist das Ding auch komm schnell tätig zwar schon aber ich zeige ich keine Sterne mehr das ist gut aber lief fucking fly Monsters dann so ja ja grünhäuser ach so da hinter mir gehört auch schon dazu na toll das wusste ich natürlich nicht na bist du gestorben nein das sieht nur so aus ich sterbe doch nicht mehr sag mal Gamer sterben nicht wir respawnen so so oh wie hört das jetzt wieder der hat sich versteckt man stirbt doch mal hat er sich verstochen ja der lebt ja immer noch was ist da los oh einer noch ja das ist das ist taktisch unklug nein später und das war's vollidiot sehr gut ich schieße ihn ein hier gerade um und 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 der andere fragt ihn so are you okay ich glaub nicht mehr nein du kletter doch da raus du idiot ach bleib da auf ne kiste hängen was ist denn hier los heute das war der pixel ja ich glaube auch so wir spielen heute gar nicht mein kraft ist da los so das war er den habe ich noch nicht mal doch den habe ich eigentlich ja den hatte ich ja auch schon ich mache den nur noch mal eh wo kommst du denn her ruhig nein ich komme aus schlumpfenhausen lauf doch du sau da hä da stand doch gar keiner der hat durch den baum geschossen wird es denn da los ach so da warst du gerade marco nö weil da war gerade keiner und ich wurde erschossen oh jetzt jetzt hat mich jemand erwischt aber treibt euch ihn wieder rum mal gucken da schon wieder ja hä hat er irgendwie bin ich heute nicht gut drauf heute klappt das irgendwie alles ja nicht das hat schon so gut angefangen heute bist du schon wieder nicht gestorben ja nein 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 wie gesagt ich so ich respawn nur ob es aber man und ziehe ich auf dich so sorry er soll schießen und auto ein ja ja ist lustig das spiel heute das mag uns irgendwie ja das war nur noch 14 kids aber in 8 kopfschüsse bei mir ist jetzt kein haken so bisschen verloren aber was soll's überall hier mal ein bisschen was aufsammeln lauf lauf ja doch nee es klettert auf der ruhm so scheiße dann auch nicht so ich wollte gerade fragen ob du mit willst aber du gehst ja schon woanders hin mir so ich muss schnell meinen de lorien reparieren Jut, jut. Nie, mache ich jetzt nicht. Konkurrenzkampf. Den Bock. Güterfracht. Ja. Doch, würde ich schon gerne machen. Mach ich jetzt einfach mal. Ja, du kannst ja hinfliegen. Ja, ja, ja. Wir müssen hinfahren. Das geht ja recht schnell. Und der andere muss hinlaufen. Naja, der ist am schnellsten. Siehst du, der hat es schon. Naja. Er ist ja auch nur ein Truck, der geholt werden soll. Na, macht er. Ja. Hätte ich vielleicht nicht mit Mandalorian machen sollen. Sonst steht er hinten wiederum. Achso, nee, warte mal. Ich glaube, ich kann mir den auch zu meinem Standort hin bestellen nachher. Ich muss mal gucken. Ob er geht, wenn er auch ausgepackt ist. Ich glaube, ja. So, mal schauen, wo ist er denn eigentlich. Ach, doch, okay. Quasi direkt vor mir. Ja. 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 Ja.